Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis von mir. Das Geheimnis meiner Schulzeit. Mein größtes Geheimnis ist Stefan Heine. Und ich hoffe, dass Stefan Heine das jetzt nicht sieht, weil er hat nie von meiner großen Liebe zu ihm erfahren in der Schulzeit. Blaue Augen, eine wunderschöne Nase. Egal. Dieses Geheimnis ist nichts gegen das Geheimnis von Corinne. Hallo. Ich bin die Corinne. Ich bin die Corinne. Ich muss ja Tabletten nehmen, damit das Blut gesund bleibt. Es schneit! Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mit dem Tod. Die Klinik war für mich noch nie ein Problem. Also, ich meine, alle drei Monate und jetzt seit 18 Jahren ist das irgendwie jetzt dann schon bald wirklich Alltag. Ich habe eine Krankheit. Das Schlimme ist eigentlich nur die Gesellschaft, die eben Angst hat vor dieser Krankheit. Und ich bin jetzt langsam im Alter, wo ich es jemandem sagen wollen würde. Das schönste Gefühl überhaupt ist, wenn meine Freunde mich verstehen, nachdem ich es ihnen erzählt habe, und immer noch hinter mir stehen und mich so nehmen, wie ich bin, auch mit meiner Krankheit. Weil die gehört einfach dazu. Das Besondere an diesem Film ist, dass die Filmemacherin Corinne über zehn Jahre lang begleitet hat. Zehn Jahre von acht bis 18, da passiert eine Menge im Kopf und auch im Leben eines Menschen. Und deshalb ist der Film total lohnenswert. Schaut ihn euch unbedingt an. Mein Name ist Maja Reichert. Ich leite das Dog Education Programm. Das ist das Programm für Kinder, Schulen und Jugendliche beim Dogfest München. Das ist das Programm.